Musik aber sie fahren aneinander vorbei wir haben hier die kollegen jetzt wird es glaube ich gleich interessant sind natürlich büsche vor wenn ich glaube gleich gibt es den ersten schuss er macht nicht den fehler und fährt er drauf sondern bleibt direkt an der an der hecke der zweite hat gesessen aber jetzt schaut mal das war auch ein abpraller beide daneben und da ist der aufklärer gerade von taktika rausgenommen worden haben wir oben am bildrand gesehen gerade jetzt auch der der call noch mal an holo pusht und jetzt sind 2 p4 sehen wahrscheinlich mit l ist drüber bei mir sind zwei leitwege bei tank mark frage wo ist der zweite schermann oder der dritte der zweite schermann ist in f6 auf drei musst du mal schauen wenn du im f6 bist auf drei zieht jetzt auch gerade der kommt über f5 auf acht ah guck mal da hinten wunderbärchen ist nämlich da hinten der ging vorbei aufgesteckt jetzt haben die p4 ein problem sind beide etwa auf der gleichen position und die gegner ihr verteilt so bis wenn es nicht ein treffer hat bekommen kann sich hinter das haus retten aber wenn taktiker entsprechend aus dem weiter pusht kann er vielleicht über einen winkel zusammenkriegen ja ist hinter dem haus ja wird auch gerade wird auch gerade angesagt dass er dass er hinter dem haus ist so taktiker bewegt sich vor alice sucht taktiker und hat ihn gesehen das war ein guter treffer und sehr schön jetzt haben wir das fenster vorgepusht leider nicht getroffen aber gute schüsse variiert there we go zweiter treffer so p4 ist raus das ist dann ich glaube svensson kriegt jetzt ab das war leider nur ein abpraller der letzte treffer da ist der taktiker den vorteil weil sie rappen so guck mal da kommt schon san holo genau das war pech und dann ist er raus sehr schön irgendwo auf dem linie muss noch einer stehen haben wir schon ausgeschritten san holo wenn er jetzt drauf knallt dann ist der kollege der repariert vielleicht müsst ihr ihn sehen er weiß noch nichts von seinem glück und gleich knallt es und rausgenommen nein haben wir euch gelassen ja 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 das ist natürlich schwierig wenn man gegen zwei panzer macht pv easy mark wenn man gegen zwei panzer ankommen muss dann hat man halt nicht die firepower und da geht es schon weiter der hat schon wenden wird auch schon beschossen von ich glaube das war äh spezial also das sah mein lieber herr gesangsverein wir pushen gerade gemeinsam Alice Alice wird gleich ein problem kriegen wir sind weit genug auseinander das ist zumindest einer ja wo geht man hin links rechts links rechts oben unten wir haben ihn noch nicht gesehen und jetzt sollten sie direkt wenden jetzt gibt es hier den ersten schuss reinkriegen wir sind raus taktiker getroffen und san holo wendet jetzt sollte jetzt den ersten schuss reinkriegen b4 motor aus und Alice ist weg aber das wäre das wäre jetzt ganz ganz bitter geworden wenn ich möchte jetzt nochmal ergehen ja ich wurde jetzt schon wieder beschossen also wir können schauen ist akkurat jetzt gehen wir aber nochmal ein bisschen raus Jensen hat jetzt wahrscheinlich gleich einen Winkel da er ist der Treffer drin da geht es durch die Hecke jetzt rappt er wieder hoch bis er Verstärkung kriegt der wird präparieren ja mit Leberknecht den habe ich gerade in einer Linie und sehe quasi hinter Sanamalu und sie traden wieder wird sie nicht eigentlich erstmal scheißen und über Sanmuro helfen ne ne mach den Scrap weiß ich nicht mir ist das egal ja wenn der Puma die jetzt die crewen könnte ist der Krypton wichtig das ist die Frage eigentlich nicht aber könnte ganz gefährlich werden für Sanholo wenn das Timing richtig ist dass der Puma wartet bis er wieder reparieren muss so lange wir keinen Fehler machen ich denke dann wenn nur einer euch geschießt dann könnt ihr alle drei reposieren und dann kommt er nicht hinterher mit der Schussreihenfolge und der Puma nimmt den raus ja das war Teamplay Weberknecht hat den Anfang gemacht und die Crew um Alice hat dann quasi den Rest übernommen dann denkt dann ihr seid jetzt alleine ne ja kannst ein neues Spiel hier den Cap haben wir alle bis zum Valentinstag möchte ich mal sagen die Caps hat gewonnen wenn man so er müsste jetzt Fenzen sehen beziehungsweise ihn nämlich jetzt oh zwei Treffer sogar drin Weberknecht hat den Winkel gehabt ich weiß nicht wie aber irgendwie hat den getroffen und rausgenommen zu dritt rauskomme ich jeder hat einen Schuss abgegeben oder perfekt das müsste ich mir ehrlicherweise nochmal im Replay anschauen Greg weil wenn dann ganz knapp ganz knapp am Haus vorbei ich zeichne den Push der Taktiker hat den Schuss aufgenommen auf Svenzen und nimmt den raus die Frage ist nicht der zweite Taktiker weil der hat auch einen Treffer kassiert ja gerne gerne Cap Neumann so jetzt schaut mal jetzt haben wir immer noch 2 zu 1 für die für die Achsen oh der List Niki safe call ein zweiter Tank ah ein Abpraller leider auch noch ein Abpraller Ebenfalls der Karrer hat jetzt echt Probleme erneut Weberknecht hat wieder einen Winkel gefunden zwischen den Bäumen und dem Haus vorbei ja eh eh in der Hauptstraße runterzufahren schön geschlossen wenn sie Besuch kriegen aber Weberknecht und San Holo haben sich gerade gesehen auf dem Hardcamp und San Holo hat den ersten Treffer kassiert ja nichts mehr auffahren nichts mehr auffahren der steht da der reht vor euch eure 12 jetzt Alice wird beschossen hat einen hat er ist der Treffer getreten und Alice wird wahrscheinlich rausgenommen werden oder oben stehen sie nebeneinander schießt doch würde man jetzt sagen oh knapp an die Mauer jeden Millimeter ausnutzen hier von der Deckung die Alice hat und fast wäre Alice überfahren worden vom eigenen Panzer aber jetzt haben wir so ein Problem weil da bleiben können sie nicht wegfahren können sie nicht da hinten haben wir den anderen hier gibt man stehen über die Hauptstraße so müsste einer San Holo hat währenddessen Weberknecht rausgenommen genau und wird selber beschossen von Svensson genau wo wir gestorben sind ist ein Panzer und wird rausgenommen ja hier hinten aber wir bleiben hier mal bei Alice mit raus wo ist die Tankmark gut gemacht danke sauber aber wir fangen ja noch um die sind echt wild die müssen CD 56 sein ja also Rektika heute sehe ich alle ich meine hier rechnet doch hier rechnet doch keiner damit schau mal wir haben jetzt zwei ich habe jetzt einen Taktbeschuss vom Taktiker aber ich kann mir gut vorstellen dass wir jetzt eins sind immer ein bisschen Druck auf die ich bleib hier kurz stehen die Bewegung ich stehe mit Boote aus ich finde das gut boah ja pipe das dass seht euch seht euch bin mich auf Veränse ihn vielleicht gesehen hat Deswegen Ja, ja, also. Ja, einer war hier geschossen. Ja, wir waren hier. Wir kamen vom Weber-Klecht runter, Kompass. Hat ihm nicht geholfen. Check. Auf der Kirchenstraße. Und, ähm. Oh, oh, oh. Hier ist ein Take-off der Anhöhe im Westen. Benson beschießt. Gruppe Observe. San Holo. Beide haben einen Treffer drin. Warte, ich spiegle euch. Mal richtig gespiegelt. Ich spiele die Artikel noch, das glaube ich. Ja. Erster Treffer drin am Hardcap. Ein PV-Easy, Mark. Auch Alice wurde beschossen. Also momentan, alle drei Panzer haben Action. Ja. Der Panzer bewegt sich langsam nach vorne. Abpaller. Der hat gesessen. PV-Vier beschädigt und wird nicht repariert. Ich habe ein PV-Vier exakt easy, Mark. Los, Franz. So, und dahin kommt nämlich Alice. Die haben nämlich den Braten gerochen. Ja, aber es ist trotzdem... Uff. Wirknecht hat ziemliches Glück. Oder es ist ein blindes Feuer, was es da von sich gibt. Er ist jetzt an Holo. Hallo. Der ist raus bei mir, AP-4. Wen rausgenommen? Svenson. Genau. Ich bin noch im... am AA-Network. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir drehen weiter. Den Motor rausnehmen. Panzer nötig von mir? Da ist er weg. Kann ich nicht markieren? Direkt hinter mir. Der fliegt hinter mir. Motor ist raus. No frozen. Und Taktiker nimmt er raus. Ja, der Panzer ist zerstört. Sorry, ich habe ihn zu spät gesehen. War's gut. Habt ihr... Greg, ist noch einer von euch? Gerade engaged? Oder... Nein, engaged selber. Taktiker. Oh, Taktiker, geht raus. Oh, oh, das Wind gleich. Noch für keinen Sichtkontakt, aber... Jetzt, die haben den Motor ausgemacht. Ein Tank pusht jetzt hier bei den Hügel, kam hinter mir. Der Puma? Nein, das ist etwas, ja. Der Puma rückt mir raus, auf meinem Inschmark. Da müsste aber von euch noch was nachkommen, und ich seh's gerade. San Holo und Verogt nicht. Da steht hier straight auf dem Hügel gekommen. Beide haben ein Trepp da drin, aber San Holo hat den Vorteil. Ja, der Puma rückt mir raus. Das ist Luca vorne auf seinem Hügel, aber ich hab da... Tankmark. Da wird Special Force... Guter Call, aber er kriegt das Rohr nicht so schnell gedreht. Naja. Er wird nur noch eine Gelegenheit haben. Jetzt nehme ich. Okay, knapp verpasst, knapp verpasst. Aber da war eine Lücke in der Hecke. Okay. Ich staße. Der ist da nicht recht zu euch. Der ist da nicht recht zu euch. Jaaaaaha. Han Solo wurde. Bodyblock. Bodyblock. Jaaah. 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 Was für ein geiler Scheiß. Jaaah. Wir haben ihn. Jaaah. Durch den Bodyblock von San Holo hat's den Panzer überlebt. Käpt das Ding, Käpt das Ding. Meinst du immer noch? Jaaah. Hundertprozentig. Puma ist noch immer da jetzt. Alle drei Panzer braucht das, damit sie den einen Puma outwane können von der Campade. Jaaah. Jaaah. Und sie wissen ja nicht, dass es ein Puma ist. Es könnte ja auch ein P4 sein. Jaa. Und sie können, äh... Die Kollegen hier nie sehen, weil sie hatten keinen Kommandanten. Jaaah. Jaaah. Und so hat er sich versteckt. Jaaah. Jaaah. Und das wird ja auch gemeldet sein. Jaaah. Und das ist ein P4. Das ist ein P5. Jaaah. Und das ist ein P4. Aber jetzt Taktiker, wenn sie sich kommen. Ne, sie fahren vorbei. Und es gibt auch einen Punkt, gibt es noch keine Call. Special Ports wird rausgenommen. Und, wer schießt noch? Das ist ein Holos-Tank. Nein, Taktiker wurde beschossen vom Puma. Was haben sie nicht erlaubt? Der P4 ist easy, Mark. Der ist weg vom Cap. Direkt wegklettert an. Ja, der Zweck vom Puma war ja auch nicht. Aber der erste Tank wurde schon gespottet. Weberknecht hat mir erst einen Pfeffer drin und wird wahrscheinlich gleich rausgehoben. Uh! Lucky Abbräller. Und rausgenommen der P4. Was? Aufpassen. Hallo? Hinter euch, straight hinter euch. Warte, ich gebe euch einen Marker. So, mal warten, wo der Marker kommt. Ungefähr Tankmark irgendwo in der Richtung. Na, ist fast richtig. Negativ, der ist zweiter im Scheiße. Na, das sagt man aber nicht. Svenson. Niemals. Ich habe... Svenson hat Sichtlinie... Ja, ich habe das Geschoss von gesehen. Danke, einen Marker von... Von L.S. Ich habe irgendwo von Doc Marker geschossen. Oh. Svensson rückt vor. Wir sehen es hinten. Der hat gesessen. Und? Gut. Ja. Nehmt Taktikers Panzer raus, aber wird selber beschossen von San Holo. San Holo nimmt ihn jetzt gleich raus. Ich habe irgendwo noch. Aber San Holo wird von Alice beschossen. Ich bin doch nicht da. Zwei Panzer da oben. Siehst du? Ring ist drauf. Wahrscheinlich von... Svenson. Okay. Ja. Er hat gesessen. Ja, ist treffert. Dann raus. Ja. Das war ein ziemliches Comeback. Zwei gegen drei. Und der dritte P4 ist auch schon am Weg. Weberknecht auf DE. DE. 7. 6. Das waren ja auch zwei. Ja. Sneaky vorbei. An Alice. Alice hat's mitbekommen. Alice hat's mitbekommen. Alice hat's mitbekommen. Ja. Und engaged jetzt. Jetzt paniken wir. Rüber. Rüber. Grenzen wurde getroffen. Oha. Da sind Marker drauf. Ähm. Einer fliegt über Easy Mark. Einer fliegt über Easy Mark. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich höre noch Motorengeräusche. Ich hätte gedacht... Es sind... Es sind... Es sind zwei. Alice. Dann haben wir dazwischen Special Force und 4 Special Force ist... Weberknecht rettet die Situation. Ja. Weberknecht ist hier hinten im Backup. Oho. Da ist jetzt von... 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 Von drei Seiten. Kann dir aber nicht garantieren, dass du überlebst. Da hinten kommt der Taktiker rein. Und der... Vorstoß wurde unterbunden. Ich meine... Das ist schon schwierig, wenn du von drei Panzern umzingelt... Bis. Ist ein Long Range Engagement Taktiker. Hat er einen Treffer dreht? Boah. Er hat ihn fertig. Geht nur raus. Nice. Der hat den Zweischand auch. Einer ist noch da. Aber in dem Fall von Special Force, glaube ich, oder? Der ging an die Hecke. Einer ist nachquart. Easy fährt nach links. Ah, leider an die Hecke. Das ist jetzt die Gelegenheit. Wenn Alice rausgenommen wird, dann ist alles offen. Wenn Alice vorbeischaut. Oh. Und... Was der Motor... Nein, er fährt weiter. Wichtig, dass dann... ein Holo rausgenommen wird, weil er kann das jetzt... Drehen, das Spiel. Uh. Er bleibt stecken. Oh, er ist aushalb von Sichtwink. Nein, er ist nicht aushalb der Sichtwink. Haha, ich hab's stolz zu drehen. Svenson hat das gerettet und eventuell das Spiel... Entschieden. Ja, es geht ja. Gegeben. 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 Alice wird beschossen von Special Force. Ah, knapp vorbei. Jetzt müssen wir mal gucken, ob Svenson noch mit reinkommt. Immer selber. Nein, Svenson ist... Dahinten. Beide schießen auf Alice. Ja, einmal von... Ja, einmal von... Ja, einmal von... Ja, ich kann zwar nicht viel machen, aber... ...das gewinnt alles nur Zeit. Ja. Weil, solange Alice da ist, kann Special Force nicht wirklich... Vor. Fang schon mal an, dann habt ihr noch Zeit fürs Hardcap, ja. Ah, super. Überleben wir nicht. Der Rechtskrieg ist weg. Alice wird sich, ist bestimmt das am Treffer dringend. You got this. Einfach genug. Ja, 20 Sekunden, bis wir angriffen müssen. Okay, capp nicht mal shit. Ja. Cripp. Ja, jetzt können Sie angriffen, sie sind 10 Sekunden noch. Warum Softcap? Hardcap durch. Der ist noch nicht im Hardcap, deswegen... Weil, wenn Sie im Hardcap werden... Was haben Sie? Ja. There we go, Special Force noch weggenommen. Ja, das haben Sie gut gemacht. Also, die... ...dieser Push 2 gegen 3... ...verwirklichst in einen Capflip. Taktiker ist raus. Von Alice. Ja, und... Und... Svensen wird geschossen. Von... Zaholo. Zaholo macht da wahrscheinlich den letzten Kill im Spiel. Ja, wenn schon... Wenn schon nicht gewonnen, dann... ...oh, nicht Alice. Von besnipen zum Sniper. Aber ich glaube auch in dieser Runde haben wir wieder wirklich ein hervorragendes Zusammenspiel von den verschiedenen Tankcrews gesehen. einige sehr gute koordinierte angriffe ja also was hat mir hat mir sehr sehr gut gefallen weil die taktiken waren jetzt gegenüber dem was wir in der letzten woche auf folge sehen haben doch schon anders differenzierter und man hat gesehen dieses überzahlspiel hat hier wirklich sehr sehr gut sehr sehr gut funktioniert